Das ist wichtig, ich bin sehr glücklich, dass Sie es erwähnt haben. Scanners haben eine sehr lustige Idee über Zeit. Scanners haben eine ganz seltsame Vorstellung von Zeit. Sie wissen, wie sie alle sagen, dass man im Moment leben muss. Ihr kennt das ja, was es immer gesagt wird, man soll hier und jetzt gehen. Scanners können gar nicht aus diesem Moment heraus. Sie leben nur im Präsenz, hier und jetzt. Und sie fühlen, dass ihr Leben bis Donnerstag vorbei ist. Und sie wissen nicht, wie sie das machen sollen. Und so, sie sind hysterisch. Ich meine, wie Kim, sie sagen, ich verstehe perfekt. Und es ist eigentlich in dem Buch. Es ist ein Kapitel in dem Buch über zu beschäftigen. Und deswegen werden sie so hysterisch. Und sie sind zu beschäftigen. Und so, verstehst du nicht, was ich meine? Scanners sind nicht zu beschäftigt. Sie sind einfach nur hysterisch. Sie sind in einem Zustand der Hysterie. Und das Problem, was ich habe, wenn ich solche fünf verschiedene Dinge, was weiß ich, ich muss hier was schreiben, mich da um was kümmern, sicherstellen. Und wenn ich diese fünf verschiedene Dinge habe, ist mein Problem, dass ich möchte, dass sie alle unter Punkt 1 Liste stehen. Weil ich nichts an zweiter Stelle stellen möchte. Ich möchte alles gleichzeitig an erster Stelle erledigen. Weil ich denke, es gibt nur jetzt. Und ich bin für alles bereit. Weil ich denke, es gibt nur jetzt. Und ich bin für alles bereit. Aber es passt nicht alles durch die Tür. Und es gibt etwas, das ist wirklich sehr witzig, was ich den Scannern zeigen muss. Und das muss ich mir selber auch immer wieder ins Gedächtnis rufen. Es gibt ein sehr interessantes Werkzeug. Wir kennen das alle. Aber Scannern haben tendenz, es zu vergessen. Und es funktioniert wirklich. Es ist ein Kalender. Das nennt es ein Kalender. Eure Wünsche sind so wie hundert Kinder, die alle versuchen gleichzeitig, sich durch eine Tür zu quetschen. Aber ein Scanner muss sich seinen eigenen Kalender anlegen. Weil sie sind hysterisch. Sie sind. Sie sind. Sie können nicht denken. Sie wissen, es ist jetzt. Und sie wissen, es ist dann. Und sie wissen, es ist dann. Sie wissen, es ist dann. Also müsst ihr ein großes weißes Blatt Papier nehmen und an eure Wand hängen. Und dann macht ihr eine Liste, zum Beispiel, ich möchte ein Theaterstub schreiben. Ich möchte gerne mal nach Bangkok. Ich möchte gerne mal nach Bangkok. Ich möchte gerne jeden Tag wunderschöne Fotos machen. Ich möchte gerne jeden Tag wunderschöne Fotos machen. Ich möchte gerne in den Chor singen. Ich möchte auch Swahili lernen. Und ich möchte auch tanzen lernen. Those are the things you know, and you can add more. Und das kennt ihr alles, und dem lässt sich ja noch weiteres hinzufügen. Und dann hier you put winter, spring, summer, fall. Und dann you put 2015, winter, spring, summer. Und 2016, and you put six years up there. Und dann macht ihr praktisch alle vier Jahreszeiten für sechs Jahre untereinander auf dieses große weiße Blatt Papier. I'm almost starting to cry now. Ich weine jetzt fast gleich mit mir. No scanner believes six years exist, but when I say it... Ich möchte den mal her. Dankeschön. Dankeschön. Untertitelung. BR 2018